Da sind wir wieder Hallo zusammen The ocean is dangerous, do not venture out too far Im Himmel sieht man seinen Faden kurz nicht so toll Nice Was kommt denn da angerannt? Ach so, das sind... Ach, ein Jäger Was ist denn? Gehst du wohl weg, du Arsch? Ich glaube wohl Hallo, hallo, hallo Lade nach Kanatwerfer Hallo, hallo, hallo Munition Wir können euch in 10 Minuten abholen Bewaffnet euch und sagt, wir können jetzt losgehen Kennst du den Funkspruch noch? Ja Hilfe anfordern Na mach schon, wir sind bereit Alter, kann man durchs Fenster springen? Kann das kaputt hauen? Ah, ich hab den jetzt Munition Was hast du? Wo bist denn du? Also kann ich das Ding packen So Wie bist denn du da hochgekommen? Mit der Treppe Oh Ich hab's dir gefunden, glaub ich Wo hast du denn hier ne Treppe gefunden? Unten Warte kurz Wieso kann ich hier nicht raus? Was ist das? Ah, die Zombies können auch nicht... Doch, klar Ah, die kommen zu dir hoch Ich hab irgendwelche Munition Oh Oh Er ist durchs Fenster gekommen Hier ist irgendeine Munition Und jetzt reicht's mir, Freunde Bestseiter dran Ah, hier ist ein Alter Nein, ich hab nen Jockey auf dem Kopf Hilfe, Leute Wo bist du denn? Ja, hier hinten Warum bist du aber nach da hinten gelatscht? Weil, weil, weil Ah, jetzt helft mir doch Oh Oh Gott Gott Oh, jetzt geht auch schon gleich weiter Da bist du auch nach da hinten gelatscht Oh, ich dachte hier wär's cooler Ich wollt'n bisschen was zeigen Komm mit ins Haus Ich geh jetzt den Leuchtturm hoch Da ist nichts, da kannst du nicht ran Ach, scheiße, stimmt Dann verarzt ich mich eben kurz Ja, hier sind noch Medifacts Runden, ne? Ah, sehr gut Die kommen wie gerufen Die kann ich dann gleich mal eben Steht in der Oppa hier am Fenster Ach ja, tatsächlich hier So, Muni nehmen wir auch nochmal voll Ich wollt'n jetzt gern wissen, wo diese Treppe ist Wo, an der du redest Bin ich wirklich so blind, oder? Oh, was ist denn das? Wo ist jetzt ein Medifact hin? Nein! Wo will der denn hin? Gut, dann haben wir... Oh! Hier oben ist immer nach so Munition Und... Ja, ich weiß doch nicht wie du da hoch gekommen bist Oh nein, sag ich nicht Oh, 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 oh! Wie bist du denn da? Wie bist du denn da? Warte mal! So, okay Hier Ach da! Ja, das ist aber versteckt, ey Äh, hier hinten Da Hier, Laser Spring-Munition, Laser Sehr gut Och, geil Headshot Was hältst du denn? Hehehe Boah, nicht schlecht Oh, was ist denn jetzt los? Ist für die auch dunkler geworden? Achso, ne Ach, muss ich beim Schmau fahren Oh, wie sie da alle kommen Wie sie alle angeschwommen kommen, ne? Ja Oh, da ist ein Tank Der wirftet Obsidian-Blöcken, Alter Voll cool Aber er scheint jetzt auch gleich hier... Oh, fuck Ey, blockt mich nicht, Freunde Blockt mich nicht ohne Spaß Aber es blockt mich nicht Ah, er ist rot Das Schiff kommt Bloß ab zum Steg Ab zum Steg Ab zum Steg Weißt du was? Ja Da ist es Och, wie niedlich Ey, voll geil Hehehe Oh Hast du es gesehen? Oh Hast du es gesehen? Äh, nein Ich wollte, als ich überspringen hat das Zeug weggekriegt Hier, schnell Abflug, ey Es ist gar nicht schlecht eigentlich Das sieht gut aus Wie sie alle kommen Ah, wie sie alle umkippt da hinten Hello Die Überlebenden konnten fliehen Aber das war ja doch jetzt nur ähm Deathcraft Das war jetzt Das war jetzt nur hier die, wie heißt das? Die Story von Deathcraft Oder was meinst du? War das die ganze schon oder was? Ich glaube schon, ja Oh, schade War cool, ne? Warte mal Vielleicht gibt's noch was anderes Spieleinstellungen Es war ja jetzt nur die Kampagne, dachte ich Lava Lake River Stronghold Nether Fortress Ne, das war alles Schade Oder warte mal Minecraft Evolution Das hatten wir glaube ich nicht Wir können ja mal eben reingehen Ja, ja, mach das mal Ich glaube das hatten wir noch nicht Jetzt haben sie gesehen, dass wir auf leicht spielen Ja, egal Wir testen ja nur Richtige Richtige Könner spielen auf leicht Ja Weil sie sich einfach nicht die Mühe machen wollen, ne? Ja, genau so ist das Ja Suche fehlgeschlagen Wir müssen wieder so einen Werbungsserver nehmen Ja Yeah Hehe Toll Wuhuuu Wahrscheinlich kriegen wir jetzt nicht mal so einen Oh, mir hat jemand auf meinen D-Phone geschrieben Ich darf ja keine Werbung machen, ne? Ja Deswegen ist das jetzt ein Dome-Phone Und ein Ein D-Pad Haha Gut, ne? Und wer war's? Mein D-Dad Ah Und Fabrice Ich hab ihn gefragt so Ja, das war klar Ja Ich hab ihn gefragt, ob sein Rechner wieder geht Also Joa Hahaha Ja Aber 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 ja Ist halt Fabrice, ne? Ist halt Fabrice, ja Haben wir nichts anderes zu sagen Oh, wie kommen wir denn Wie kommen wir denn jetzt Achso, wir müssen da durch, ne? Also ich kann mich nicht an diese Mission erinnern Oh Ist aber auf jeden Fall eng hier Ah, ich glaub, es ist nur zum Gucken Ah, es ist cool Kann ich den Oppo da umbringen? Nein, es ist nur zum Gucken, ist so Ist nur so Hast du das geil gemacht? Ja Oh Ach, der Alpha 1.0.4 Ach, das ist... Ach man... Ach, das ist jetzt die... Ach, die Evolution... Wir sind auch so blöd, ne? Da ist wahrscheinlich alles, was neu dazugekommen ist immer Ja Was steht hier? Alpha 1.0.6 Blut und... Clay? Ja, der Kleiner Achso, ich dachte, das ist jetzt Schneeball Kompass Wie cool Das ist richtig geil gemacht, ja Also für alle, die Minecraft nicht kennen Ja, wir machen jetzt eine kleine Führung durch die Minecraft Evolution Äh, der Nita Das Nita Portal und so Und die Kürbisse Ach, der Nita Ach, cool Ab wann hab ich denn... Ich hab Minecraft ab... Ist das ein Ei? Wollt das ein Ei sein? Ja, ich glaube... Ja, ich glaube... Ich hab Minecraft ab der Beta 1.5 mitgespielt Ab da an hab ich's dann... Ich hab's dann sogar gekauft damals, für 10 Euro noch Ach, jetzt kam die Wolle dazu, wie farbig anscheinend Und äh... Baum? Baum Baum Baum? Toll Es gab aber einfach keine Bäume Ich weiß es nicht Vielleicht ist das auch einfach nur das Ziel da Das Ziel da Ja, das Blut ist nicht mehr da So, hier kamen jetzt die... die Dinger dazu Ja, Redstone-Sachen und das Bett Und das Bett Das war ja kein Bett Ich weiß es nicht Vielleicht gab's doch vorher keine Schafe Wer weiß, nein, Spaß Ja, sonst gab's ja keine Wolle Ah, Cookies und... und Oh, wie toll Es gibt schon so lange Hunde So, mal gucken, was er bei heutigen Zeiten gemacht hat Oh Ui! Wie cool Ja, Regen kam ab 1.5, wa? Was? So, 1.6, was kam denn... Ach, die Dinger da, die falsch hören? Meint er die vielleicht? Oh, guck mal, der bewegt sich, hast du gesehen? Ja, ja, der hat sich umgedreht, ne, oder so Eben war er noch im Portal Ja Und weiter geht's Und weiter geht's Ach hier, die Pistons kamen Und die Schere Und die Schere Und die Schere Oh Und wir waren auch dabei Oh ja Oh ja Ah, Enderman 1.8, Enderman und Spinne Anscheinend Und, äh... Und Silberfisch Und, äh, anscheinend die, die Minen Weil da hat er noch so'n Ding angebaut Gut Das ist bestimmt total Arbeit für die ganze Meite Das ist bestimmt total Arbeit für die ganze Meite Ja, aber toll Oh! Der Drache Der Enderdrache Geil, aber guck mal, die Füße, die sind scheiße geworden Ja, ein bisschen, ne Dann hab ich vorgefallen Ah, hier, die, die Dorfbewohner da Die Hessischen kamen auch dazu Das war jetzt, äh... Ja, ändert mich schon so 1.0 Thank you, Mojang For making This amazing game Kannst das lesen Bestehst du direkt da vorne Ja, ja Geh anstecken an die Seite Was? Irgendwas mit Mo... Hast du irgendwelche... Jetzt müssen wir das Bett betätigen Ach, ich... Hä, lol Die Überlebenden konnten fliehen Überlebende Oh, jetzt haben wir gar keine Zombies geschlachtet, wa? Unglaublich, unglaublich Vier Minuten ging das Die Evolution Siehst du, die ganze Evolution Ach so Ja, da fehlt ja jetzt das heutige alles noch, ne Aber so, Deathcraft ist wahrscheinlich schon ein bisschen älter Ja So, ähm Ja Ja, Leute, sorry, dass die Folge jetzt ein bisschen kürzer geworden ist Aber... Uninteressant Uninteressant, genau Völlig uninteressant Naja, das war Deathcraft und kleiner Einblick, ne Äh, allgemein... Kleiner Einblick, wir haben es durchgespielt Ja, trotzdem Drei Folgen Ähm, vier waren das jetzt, glaub ich Ich glaub vier, ja Ähm, jedenfalls Ähm... Ja, Left 4 Dead 2 ist ein total geiles Game Ist echt zu empfehlen, ne, oder? Würde ich sagen Ja Geilstes Game zur Zeit für mich, muss ich sagen Und... Joa Ähm... Ja, danke fürs Zuschauen und ähm... Achso, ja, es werden noch, äh, Left 4 Dead 2 Videos folgen Es wird noch... Wahrscheinlich Silent Hill oder so folgen Und ein paar andere Mods, die es noch gibt, ne? Joa... So, und ähm, ja Bis dann Tschüss Tschüss Hehe